Los geht's. Hey, ich bin Paulina Herfel. Ich mache Stand Up Paddling, glaube ich, schon mein ganzes Leben lang. Also ich habe ganz klein angefangen durch meine Eltern, die haben mich dazu gebracht. Und jetzt bin ich, egal wo Wasser ist, ich bin mit dem Stand Up Paddling vor Ort unterwegs. Egal auf Bildwasser, auf in der Welle, auf Flachwasser. Also egal was, ich kann immer mit dem Sub rausgehen. Und das finde ich das mega coole am Stand Up Paddling. Ja, für 2020. Das Coolste daran wird sein, dass ich immer neue... Scheiße, jetzt verbindet sich. Okay, wir müssen es nochmal machen. Nein, wir machen einfach so weiter. Das ist genau darum geht. Ja, du hast noch gar nichts geplant, hast du gesagt. Ja, noch nicht so richtig viel, aber ich will unbedingt noch ein bisschen mehr reisen. Muss auch gar nicht so mit dem Sport zu tun haben, dass ich da Wettkämpfe mache, sondern ich habe Bock, irgendwie ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Also vielleicht Neuseeland, da hätte ich richtig Bock drauf. Noch was anderes auf der Bucketlist? Ja, was noch draufsteht, ist, dass wir wieder Stand Up Paddle Wavecamps machen im Sommer. In Dänemark und in Portugal. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist nämlich cool, da kannst du nämlich neue Leute finden, die da auch Bock drauf machen. Wann wird es soweit sein? Sind Wavecamps schon geplant? Sind schon geplant. Sag mal ein Datum. Weiß ich nicht genau, aber auf der Swell Lines Webseite findet man das. Alles klar. So ein bisschen Werbung in einer Sache. Vielen Dank, Paulina. Gerne.